Hallo zusammen, ich bin Christian und ich bin Tamara und wir machen beide Lehre als Fiverg-Optiker in der Firma FISPA. Jetzt wollen wir euch unseren Berufsalltag zeigen. Kommen Sie doch mit! Die FISPA AG mit Sitz in St. Gallen stellt und entwickelt mit langjähriger Erfahrung optische und mechanische Bauteile für die Optikwelt. Fiverg-Optiker und Fiverg-Optikerinnen fertigen in der Hand von technischen Zeichnungen hochpräzise optische Bauteile aus Glas und einfache mechanische Bauteile her. Durch Schleifen, Läppen und Polieren stellen sie ebenen und kräfte Flächen her. Die optischen Bauteile aus Glas wie Linse, Spiegel und Prismen werden in der Augenoptik, Medizintechnik, Vermessungstechnik oder für Fotos und Firmen eingesetzt. Je nach Produkt haben sie es mit unterschiedlichen Dimensionen zu tun. Mit hochpräzisen Messgeräten werden die Dimensionen ausgemessen. Das Coole am Beruf ist abwechslungsreiche Arbeit, das Arbeiten im Team, interessante Herstellungsverfahren und das Arbeiten am Computer. Jetzt hast du einen kleinen Einblick in unseren Berufsalltag bekommen. Wenn wir dich neugierig gemacht haben, dann bewirb dich doch noch heute bei uns in der Fispa. Wir freuen uns auf dich.